Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, einer neuen Folge News. Es gab lange keine News mehr, jetzt habe ich neue News für euch und zwar wurde gestern bekannt gegeben oder gezeigt, wie die schwere Rüstung aussieht, die legendäre schwere Rüstung, die man sich also durch die Raids verdienen kann. Ich persönlich finde sie sehr hässlich, finde aber die Idee cool mit den animierten Rüstungen und hoffe mal, dass wir in Zukunft da auch andere Dinge noch sehen werden, vielleicht auch in anderen Bereichen des Spiels mit dieser Animation. Das ist schon eine sehr, sehr coole Idee. Jetzt geht meine Frage an euch daraus, wie ihr diese Rüstung findet. Findet ihr die cool, findet ihr die hässlich, wenn ja, warum? Und dann würde ich sagen, noch eine kleine Randinformation, wer jetzt gedacht hat, die kommt bald ins Spiel, den muss ich leider enttäuschen. Erstmal müssen die anderen beiden Rüstungssets, also leicht und mittel, noch vorgestellt werden. Das wird also bestimmt noch ein paar Monate dauern. Das steht auch im entsprechenden Blogpost, den ich euch nochmal in der Beschreibung verlinke. Ansonsten war es das schon mit der kleinen News, mehr haben sie dazu eigentlich auch nicht gesagt, nur, dass es eben das Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Rüstung animiert ist. Keine Farben, keine Glitzereffekte, aber eine animierte Rüstung. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das einem gefällt. Ich bin dann damit schon mal wieder raus, bedanke mich fürs Einschalten und bis zu dem nächsten Video. Macht's gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.